Ich hole mal den Turm rüber hier. Wenn du jetzt ganz woanders bist. Ne, ich bin jetzt wieder hier. Ja, ich merke es. Wenn der da bin ich jetzt nicht. Ach, jetzt bin ich schon wieder reingefallen. So, guck mal. Jetzt habe ich mir jetzt das hier Turmdeck hier ein bisschen rückgefahren. Aber jetzt hier auch schon? Ach Mist. So ein Mist. Kacke. Hier ist halt ein. Drei Eier noch. Und vier Pilze. Weil die Pilze sind manchmal so weniger Sorgen drum. Hier würde immer nur eins drin sein, denke ich mal. Ja, da ist immer nur eins in den Bereichen. Ja, keine Ahnung. Wir müssen, glaube ich, weitergehen. Hier wird nichts mehr sein. Wir müssen jetzt eigentlich alles haben. verankert. Ja. Hier ist das hier. Er wird viel aufhören. Er wird viel aufhören. auf die Plattform irgendwie. Hier drauf. Wo? Hier, wo ich drauf gucke? Ich glaub ja. Die sind auf jeden Fall nicht von mir. Okay, hier ist nix. Ich wette, wir sind am Anfang wieder an irgendwas herbeigelaufen. Oh shit, da kommen sie wieder. Ja, jetzt ist grad ein bisschen blöd, ne? Wir müssen auf der Karte gucken, wie wir weiterkommen. Ja, vielleicht haben wir ja auch am Anfang das schon wieder übersehen. Ja, so viel kann man nicht übersehen, ne? Drei? Ja, der ist normalerweise mehr als genug. Das ist ja nicht nur genau immer die Menge, die wir brauchen. Hier sind wir runtergekommen, oder? Ich glaub, wir müssen zurücklaufen, hier ist nix mehr. Die haben sicher am Anfang das übersehen. Da hinten ist, glaub ich, schon eine Plattform. Ah, komm. Wir müssen runter. Ah. Da, ich glaub, da müssen wir irgendwo lang, ja. Hier, wo ich bin? Ja. Hopp. Da sind wir eben hergekommen. Ich mein, unten geht's nicht weiter. Das hab ich grad nicht... Wo bist du? Pass auf, die können von vorn jetzt kommen, ne? Ja, die kommen von hinten. Oli, over here! Irgendwann bin ich heute etwas verwirrt in dieser Höhle. Nitra, auf jeden Fall. Wir haben alles mit, was wir kriegen können. Aber sowas von. Wo ist Molly? Wir müssen bestimmt zu anfangen, die anderen Wege rein. Pass mal auf. Das kann sein. Wie du am Anfang gesagt hast. Das ist gut möglich. So, nehmen meine Sachen. So. Ich weiß nicht, ob wir zurückkommen, weil wir sind da ja eben irgendwo runtergefallen, ne? Ja, da muss ich ja dann zur Not mit dem Ankerhaken hochkommen. Ja, das stimmt wohl. Also zurück muss man ja irgendwie kommen. Wir werden sehen. Es bleibt spannend. Oh nein, oh nein. Was denn? Ja, was wohl? Wo bist du denn? Ja, hier am Eingang. Bist du vor mir? Ja, natürlich. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir, glaube ich, wieder in der An... Ist das der Anfang? Nee. Nee, das ist nicht der Anfang. Das ist da, wo wir die ersten Eier ausgebuddelt haben. Ja, genau. Nee. Doch. Hier, das Ei hat's ja, oder? Hat ich das? Der ist am... Oh, shit. Geht das jetzt? Oh nein. Schande. Kommst du hier hoch? Ich komme nicht raus. Oben rum. Sprich dahin, da kommst du hoch. Ich komme nicht weiter. Dann buddel dich schnell hoch. Ich bin dabei. Nein, in der Mitte haben wir keine Schnitte. Kontakt. Lock and load. Ach, super. Shit. Ich weiß nicht, wo ich bin. Wo bin ich? Ja, was weiß ich? Ich kann gerade nicht gucken. Also, ich bin da oben bei dem Haken. Hab zwei Geschütztürme aufgebaut. Das sind die Viecher. Ich bin bei dir. Oh, ich bin bei dir. Oh, da kommt ein Dicker. Pass auf, links. Die Shitstorm ist leer. Das ist aber doch. Wir können einfach was weiter hochlaufen, wenn wir nicht das. Was? Was? Achso. Ich hätte es fast geschafft. Ich hätte ein Go-Go besauft. Okay, ist auch noch zum Buddeln. Wenn wir gleich Nitra bestellen können, würde ich das dann... Also Munition, ja. Das würde ich auch gerne. Ach, Nitra bestellen. Wo ist es zum Buddeln? Hier. Hier. Hier sind Blubberblasen. Achso, ich dachte ein neuer Durchgang. Der Buddeln mal, ich pass auf. Boah, das sind schon die nächsten. Boah. So früher kommt man die doch wieder einsammeln, die Türme hier, ne? Das haben sie wahrscheinlich jetzt geändert, dass die hinterher schweben. Oh shit, die nächste Welle. Shit, shit, shit! Ich bin down. Alter. Danke schön. Meine Herren. Hinter dir kommt einer. Oh, da kommen ganz viele hier noch. Von den Windigen. Ach, von den Minzigen. Die sind egal, die explodieren jetzt nicht. Ja. Können wir denn was rufen? Haben wir genug, Nitra? Weiß ich nicht, aber hier ist eine ziemlich beschissene Stelle, um ehrlich zu sein. Deswegen würde ich hier gerne erstmal gucken, dass wir wegkommen. Hier geht's auch weiter hoch. Ich hab Moni gerufen. Ein Stück weiter oben. Diese Stimme erschreckt mich immer. Da steht doch, Geschützer wird zurückrufen, halte er. Ah, geht's doch. Manchmal ist man blind, oder bin ich blind? Wir hätten besser den Bordtyp mitgenommen für die Mission. Ja. Ich geh schon mal Mun holen. Ich hab es. Ja komm hier hoch, da ist auch der Mule. So. Ich kann nicht. Ich bin tot. Was? Warum geht's schon wieder? Ja, da ist ein Käfer in das Loch gekrabbelt. Shit, sorry. Ja, kannst nichts für. Shit, ja doch, ich hätte aufpassen können. Ich weiß jetzt nicht, wo das Ei hin ist. Direkt unter dir. Okay. Ich muss erst mal gucken, dass ich hier hochkomme, wenn ich das Ei in der Hand hab. Ich hab's. Ich hab da grad gebuddelt. Du müsstest jetzt hochkommen. Es dauert zu lang. Ich komm hier nicht raus. Ich komm hier nicht raus. Die Geschützturme bringen da viel. Wo ist der komische Turm? Oh. Weiter oben? Ja, hier. Nimm's Muni und komm direkt weiter hoch. Ich bin dabei. Nein. Ja, hier sind wir rausgekommen, okay? Oh, das stresst aber das Level hier. Du stresst. Ich stresse. Ja, ich find das jetzt nicht so. Du machst so Stress. Ja, du bist diejenige, die da eine halbe Stunde mit dem Ei da unten sitzt. Ja, weil ich da nicht mehr rauskomme. Wo bist du denn jetzt? Weiter gelaufen. Ja, wo ist denn weiter? Hoch. Keine Ahnung. Hier. Da. Du musst da. Genau. Da hoch. Ja, aber da gehst du doch nicht weiter. Ja, natürlich. Hab ich am Weg hochgebuddelt. Ach, da. Das hab ich nicht sehen können eben. Meiner kann auch nicht gespringen. Du musst doch nicht springen, du musst doch den Weg hochgehen. Okay, nicht springen. Ja, kann ich nicht. Ansonsten würde ich jetzt tun. Kommt noch welche, aber keine Explosiven. Oh man, oh man. So, wir brauchen noch zwei Eier. Ja. Ja. Ja, geh mal den nächsten Weg rein. Weißt du, wo die waren zufällig? Irgendwo in der Nähe vom... Da vorne immer. Ich guck grad noch. Ich seh auf der Karte hat nix. Du hast ja eh gesagt, du hast irgendwo was gefunden. Oh, da kommen die Nächsten. Ich hab, ich hab das einzige was ich hab, ich hab hier null Orientierung. Ich habe keine Ahnung wo wir sind. Das muss der Anfang sagen, weil hier hab ich am Anfang meine Plattform geschossen. Also relativ am Anfang. Sind wir nicht... Sind wir nicht hier gestartet? Und dann da oben einfach durch? Ich mein, du hattest eben gesagt, du hättest hier noch ein oder zwei Durchgänge irgendwo gefunden. Nur ich hab die nicht gesehen. Ich hab nur die da oben gesehen. Zumindest kann ich mich ansonsten keinen erinnern. Ja, die waren auf jeden Fall nicht zu übersehen, wenn das hier war. Ja, aber das muss doch hier gewesen sein. Ja, wenn das hier wirklich der Anfang ist. Ja, aber es geht ja nirgends so weiter. Und so tief sind wir eben nicht gefallen. Ja. Ich kann mal gucken. Hier, das ist der Anfang. Hier sind wir runtergekommen. Definitiv. Siehst du auf der Map. Rechts. Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das in dem Level war. Ich bin mir noch nicht mehr sicher, ob ich das hier gesehen habe. Oder ob das irgendwo noch weit davor war. Er muss wieder zurücklaufen. Ich meine, wir haben jetzt eben am Anfang gesagt, die wären noch welche gewesen. Ja, war das das Level oder war das das Level davor? Oder? Ja. Das war das Level davor. Mit den drei Eiern, die wir da suchen wollten. Ja, war das das? Ja, das kann sein. Okay. Da müssen wir nochmal ein Stück zurück und müssen jetzt hier genau auf dem Weg achten. Ja, aber nicht... Ja, komm. Gibt's da immer irgendwo noch einen Weg, dass du gar nicht so genau gucken musst? Deswegen wundert's mich. Vielleicht haben wir ja auch wieder was übersehen. Da hattest du gebuddelt, das sieht man. Hat's doch zu... Ja, blöd ist das, dass man nicht sehen kann, ob die Sachen zu Ende gebuddelt wurden, ne? Ah, hier sind noch ganz viele Pilze. Shit. Wo bist du? Unten soll Schoko kommen? Ähm, ich kann noch runterkommen. Ja, was denn jetzt? Ich komm. Mir ist das egal. Obwohl, komm runter. Komm, wir bleiben in der Luft. Äh, häng dich ran hier. The Swarm is upon you. Fuck, ich kenn schon keinen Schützchen mehr. Bist du in der Luft hängen geblieben? Wie hättest du das hingekriegt? Ich spal' einfach hin und her. Dann können... Da geht's gut drauf. Ich hatte was gepflicht. Here we go! Oh, ich kann mich runterschießen. Schande. Ja. Ich bin down. Ich bin so einen dicken geraten, der da... ...schuldigung. Jesus, ich muss mich... Und weiter geht's! Pass auf, direkt weg! Oh, er liegt uns! Shit! Oh, shit! Oh! Es war knackig hier. Ja. Haben wir alle Dicken? Nee, da hieß es. Oh, da sind noch einer. Ich bin wieder da. Scheiße. Oh nein. Das schau ich auf gar keinen Fall. Das schau ich auf gar nicht. Untertitelung des ZDF, 2020